Wenn Sie Lautsprecher suchen, die einen besonders hohen Gegenwert fürs Geld bieten, sollten Sie die GLE-Serie von Canton in die engere Wahl nehmen. Die soliden Schallwandler bieten seit vielen Jahren ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eignen sich für Stereo- und Heimkino-Anwendungen. AV-Magazin hat das brandneue Top-Modell unter die Lupe genommen. Die Canton GLE 490.2 ist ein klassischer Standlautsprecher mit über einem Meter Höhe. Um sich dem Einrichtungsstil moderner Wohnräume anzupassen, sind die Boxen in sieben verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Ob trendiges Mockerbraun, zeitloses Schwarz, klassisches Silber oder gemütliches Holzdekor, Canton bietet für jeden Geschmack das passende Design. In der GLE 490.2 sorgen gleich vier Töner für den guten Klang. So garantiert der knapp 20 Kilogramm schwere Lautsprecher ein besonders breitbandiges Klangspektrum. Um die Basswiedergabe zu optimieren, verbaut Canton gleich zwei Tieftöner in einem belüfteten Reflexvolumen. Sämtliche Chronos-Chassis verfügen über Aluminiummembrane, die mit einem geringen Gewicht und hoher Stabilität zum guten Klang beitragen. Kantons patentierte Wavesicke mit dem charakteristischen Wellenprofil ist eine Technologie, die unmittelbar aus der Referenzserie übernommen wurde. Hierdurch klingen die neuen GLE-Lautsprecher auch bei gehobener Lautstärke klar und detailreich. Um das Rundstrahlverhalten zu optimieren, wurde die Frontplatte des Hochtöners mit einer trichterartigen Wölbung versehen. Zusammen mit der Frequenzweiche und dem optimierten Mitteltöner bietet die GLE 490.2 auch von seitlichen Hörplätzen einen ausdrucksstarken Klang. Die neue GLE-Serie von Canton bietet innovative Lautsprechertechnik zum fairen Preis. Der Klang überzeugt mit hohem Detailreichtum und plastischer Räumlichkeit. Dank modernster Werkstoffe und gewissenhafter Entwicklungsarbeit klingt die Canton GLE 490.2 besonders temperamentvoll und neutral. AV-Magazin spricht deshalb eine handfeste Kaufempfehlung aus. GLE 590.2 Brandgesticks audiologisch Puls fils www.agazin.tv www.agazin.tv